Musik Meine Damen und Herren, ich suche ein selbst ausgedachtes Rätsel. Denken Sie sich jetzt eins aus und rufen Sie unter 01525 76 76 856 an. Wir freuen uns schon. Alle haben kurze Haare. Katja hat schwarze Haare. Sophie hat grüne Augen. Ich habe kurze Haare. Lea hat schwarze Haare. Lea hat braune Augen. Ich habe lange Haare. Katja ist blond. Lea hat grüne Augen. Katjas Haare sind kurz. Hm, das ist aber komisch. Bestimmt lügt ihr bei allen Aussagen. Kommt doch vorbei. Wer sind wir? Du bist Lea. Du bist Katja. Und du bist Sophie. Richtig! 50! 2 3 5 1 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020